Simon und Garfranco, Abi und Esther, Belina und Behrendt. Ihre Namen haben den Klang von Markenzeichen. Man behält sie im Ohr. Belina ist einfach Belina, die berühmte Folklore- und Chansonsängerin. Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir... Aber weder meine Mutter noch mein Vater haben je darüber im Detail gesprochen. Mit dem längsten Flugschein der Welt wollen jetzt die Sängerin Belina und der Gitarrist Siegfried Behrendt eine 252 Tage lange Tournee in fast alle Metropolen Europas, Asiens, Afrikas und Amerikas führen. Die in Polen geborene Belina singt in 17 Sprachen. Man sagt sehr oft, sie seien musikalische Diplomaten. Das Reisen ist natürlich mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Es war hochgefährlich. Wir wollen in Frieden und in Freundschaft mit anderen Ländern und anderen Völkern und anderen Menschen leben. Aber dennoch ist immer die Angst da. What do we pray for? The world that you want to have. What do we die for? Is in the message of your songs. We give hope to the people with our songs. Was ich mir wünsche, allen wünsche, das ist Frieden. Es kommt die Zeit, die noch viel schwerer ist als heut. Ich bin bereit, ein Land ist mein. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit.